herrte ich bin es wieder Markus von LappenTV wir spielen heute wieder Battlefield Hardline Beta und ich bin diesmal alleine ja wir spielen Banküberfall auf der App Überfall lustiger ja auf diesem Modus geht es um zwei Pakete wir sind die Bullen und wir müssen die Gegner ausschalten die zwei Pakete verteidigen und sie rechnen dann zu zwei verschiedenen Punkten zu bringen die dann hier auf dem Desktop angezeigt wird und wenn die unsere Sorgen gehört haben ist natürlich schnell wie wir die Verbrecher sind das ist ein Vorteil aber das war keine Brandkarnate was ich geh auch noch ähm suspect taken out lol alter ne Shotgun aus zwei Metern überlebt der was alter weiß ich will ja die Karnasmaske immer gut bei Überfall so jetzt müssen wir ähm mehr als etwas holen ja wir müssen jetzt die hier die zwei Punkte da wir haben schon ein Package hier bei C und das wird er eh schaffen ja schonmal ein Paket verloren hatte ich sehen da kommt dann Heli und holt den scheiß Ding ab und wir müssen sie aufhalten wir haben es nicht geschafft geil ja das ist das Spielprinzip die Polizei muss sie einfach nur aufhalten da diese Pakete zu kriegen ja hier kann auch ein was explodieren da ist er schon es gibt drei Eingänge da und hier und da oben auf dem Dach ja blau und rot vermischt geil ne oh da brennen wir hier weg ja got a suspect we have a fucking man down hey ammo here we need backup man down repeat man down here it goes so officer down watch the fire got that one what jawohl jawohl ja oben haben die jetzt auch gelernt hat ist nicht geil das ist so entschärpft hier können wir auch entschärfen ist auch wichtig sonst ist man am Arsch da ist ein D4 Pickup D4 da ist ein D4 Pickup D4 vielen für für alle zu im zu auch Wow, fuck! Ja okay, da kommt man nicht hin, ne? Schönen wir nicht mehr. Hä? Was? Ähm... Yo! Hacker! Vor der Wind! Würde ich sagen. Ähm... Ja. 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 Ja, das ist doch. Ich passe. Ja. 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 oh man Mann! Halt sie den auf! Keine was ihr habt! Der ist oben auf! Der Pisser! Kann er auch hoch oder so? Oh mein Gott! Alter, dieser Wildbestmann! Scheißlacker ey! Mann! Ich bin vor dem und der kann den nicht kriegen, weil ich daneben schieße. Wie es auch immer. Ist doch wieder ein Ding. Naja, ich wollte vielleicht... Ich habe überlegt ob ich einen Messer von mir hätte. Dauer zu lang. Wow! Fuck you man, you fuck killer, Alter! You Chove-Killer, oder wie er heißt, Alter! Fick dich, oder wie er heißt, Alter! Ich fang dich aus, weh, Alter! Ehhhhh! Uhhh! Ah, du sieverller! Ah! Der mit dem! wo wir ihn doch hatt! Na ja! ... ... ... ... Es gibt's nicht, dieser J- Boaaaaah! Guck! Guck! Der langweilte, ey! So richtig! Dr. uhm osphat Irrsinn Pretty much Itğlu It smells movie No Diagonism It was A The Sp 부분이 Have ich will okay es hat zwei bett auf die spieße schon fast fertig eigentlich war ja nur packs fertig und neue zeichen werde ich so gut wie ja und ich sage dann ist das niemals eine weitere folge von Betteville Hardline ich glaube ich werde noch einen hinten dran hängen und sage dann bis zum Job Jörg Leute wissen wieder am Start es geht weiter diesmal sind wir die Verbrecher die Bohnen müssen uns aufhalten muss auf Cocktailländern schauen ja nicht lässt sich erstmal am Boden hin Hot Potatoes have some fire Boah wo kommt die jetzt her ey ich bin schon umgegangen ey yeah mtf da ja 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 ach Gott Mann warum kriegt er kein Damage Mann alter geil ey erstmal kein Damage kriegen das finde ich richtig geil ja einfach kein Damage kriegen ich spas ne oh ich bin der 50 ey kein Teo ich habe diesen Mann ich habe diesen Mann ich habe diesen Mann dieser Mann ist Molotov, raus Hä? Was? Was? Hä? Alter was? Molotov Deine Hälte, sehr gut. Jetzt geht die schnell ab. Die Zeit hat mich nicht mal angezeigt, aber das ist schon eine Schuss. Geh, geh. Geh, geh. Hä. Pissler, scheiss ehwig Tagessorven. Lustiger Spass. Was ist das? Oh, Junge! Is das nicht so wichtig? Entschuldige dieses Paket! Die haben wir! Was? Ich habe mir mit dem Schraubchen und Schraubchen! Ich habe mich auf den Schraubchen. Was? Ich habe mich auf den Schraubchen. Ich habe mich schon wieder vergessen. Ich habe mich auf alle Schraubchen. Ich habe mich auf den Schraubchen. Oh Mh 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 Bansch Mh 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 Oh schade ja wohl schatten schatten hier noch 38 tickets weil er nicht erwischt kong 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 zwei r r er wollte sehr gut d da keine Mock auf jeden Fall, 1150 erreicht, jo, und servis da auch okay, der Platz 2 ist doch gut gar noch geschafft hier und das war Überfall und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Battlefield Hardline, Battlefield 4, Romtower, Planet Sight, Minecraft oder auch irgendwas anderes und ich sage dann, bis dann und tschau!